Hallo und herzlich willkommen, das wird nur eine sehr kurze News Und zwar ist gerade in der Gerüchteküche EA soll wohl angeblich Valve und die PUBG Studios kaufen Und außerdem ist auch noch im Gerücht, dass Microsoft EA kauft Also irgendwas passt da nicht zusammen, ja? Also, weiß ich nicht, ja? Aber Microsoft kauft EA und EA kauft Valve und PUBG Also irgendwie passt das nicht zusammen, weiß ich nicht Also, wir lassen uns mal überraschen, was haltet ihr davon? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben Gerne auch einen Kommentar hinterlassen oder vielleicht sogar ein Abo In diesem Sinne war es das von meiner Seite und bis zum nächsten Mal, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020